Ein netter Kerl. Das ist er. Er ist großartig und er ist viel jünger als du und er hat keine Enkel oder Babys mit seiner lesbischen besten Freundin und er ist ein Avery und er hatte mich gern. Hast du das gewusst, Mark? Er wollte mich wirklich aufrichtig. Er ist großartig. Er ist großartig. Er ist großartig. Es erfreut mich zu wissen, dass Odin an seiner Tafel bereits auf mich wartet. Schon bald werde ich Bier aus gewundenen Hörnern trinken. Er ist großartig. Er ist großartig. Er ist großartig. Er ist großartig.